Als Josef anlangte in der Stadt des Blinzelns, der Tausendjährigen, war wieder Saatzeit und Zeit der Bestattung des Gottes, wie damals, als er seinen zweiten Fall getan in die Grube und war drei große Tage darin gewesen unter leidlichen Umständen beim ruhigen Hauptmann Mai Sachme. Mit rechten Dingen ging's zu, genau drei Jahre waren herum, am selben Punkte des Kreislaufs hielt man wie damals. Jakobs Sohn, der so lange nichts als die Mauern seines Gefängnisses gesehen hatte, hatte keine Muße, seine Augen zu brauchen und sich am Bild der geschäftigen Stadt und ihrer Leute zu ergötzen. Von außen schon war ihm keine gewährt durch seinen Führer, den Flügelboten, der keine Minute verlor und immer nur zu atemloser Eile trieb. Aber auch innerlich und von Gemütes wegen war ihm nicht Muße gegeben zum Gucken. Denn noch ein Umlauf ging in sich selber und eine andere Wiederkehr noch wollte eintreten. Er würde wieder vorm Höchsten stehen. Einst war es Petépré gewesen, vor dem ihm zu reden gewährt gewesen war im Palmgarten, der Höchste im nächsten Umkreise, und es hatte gegolten. Nun war es Pharao selbst, der Allerhöchste hier unten, vor dem er reden sollte, und in noch höherem Grade galt es diesmal. Was es aber galt, das war, dem Herrn behilflich zu sein bei seinen Plänen und sie nicht linkisch zu durchkreuzen, was eine große Narrheit gewesen wäre und eine Schimpfierung des Weltganges aus Mangel an Glauben. Untertitelung ab 20.04.2021 Vielen Dank.